Das ist gut, das ist gut hier oben, wenn hier keine Sniper sich da unten geschnappt hat. Das sollte hier eigentlich safe sein, erst mal. Also, ein Loot sehe mich eigentlich nur von da drüben. Ich schmeiße mir nichts auf den Kopf. Da fallen die Bomben. Scheiß Flugzeuge, wie bin ich? G5. Ach Gott, da oben ganz, das geht noch mal runter. Das ist noch weiter nach Norden, ich flippe aus. What? Serious? No! Da am See? Haus am See? Oh nein! Oh, wie hat der mich denn jetzt... What? Also, wenn ich aus der Entfernung schieße, ne? Mit der... Oh Gott. Oh, ich... Oh, voll. Oh, die Schlittenfahrt. Ja, aus der Entfernung schieße, dann treffe ich die meistens nicht, die Dudes, obwohl ich... Genau. ... ... ... ... ... ... ... ...